Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen, dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikos und Chikos in der Skyland zum Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Spec Ops The Line und wie je und je beginnt unsere Aufnahme Session natürlich mit einigen krassen Problemen Wir lieben sie ja alle, wir kennen sie alle, es ist total toll und praktisch Nervt jedenfalls, gut aber wir haben ja einen wunderschönen Hintergrund Screenshot Und zwar Dubai in der Nacht, find ich richtig geil, hab ich noch nie gesehen Kommt jedenfalls cool rüber und wir drücken Start Naja, spielen uns aus und manche Schweigerfunktionen, bla 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 So, wir gehen natürlich auf die Kampagne Festplatte, 145 Gigabyte Fortsetzen Wollen wir mal gucken Das Laser-Zielsystem der P90 verbessert die Zielgenauigkeit, ist auf langer Distanz aber schwierig einzusetzen Tja, nur mal ein bisschen, so Damit man wieder besser verstehen kann Halalalalalalalala Sorry Leute Ich bin scheiße müde Und wenn ich müde bin Bin ich unausstehlich In Sachen Total lustig und so Das hatten wir schon Das überspringen wir mal getrost Soweit waren wir schon Dazu, wenn ihr hier raus wollt, dann tut was ich euch sag Ist das klar? Kommt drauf an Wer sind Sie? Ich bin Angel Goode, CIA Sie sind Captain Walker, Delta Force Woher wissen Sie, wer wir sind? Ich weiß wie das Captain, aber jetzt um keine Zeit zu reden Thank you Das Masen von mir ist schon tot Du musst Leben spacken Jetzt ruhig pieksen Okay, Deckung Geh in Deckung So, jetzt haben wir Rauschen, Sunny Okay, weiter vorwärts Okay, wir sind down Wir sind weiter Sprengstoff ist voll Ey, was sind die los, ey Merde, schau Bis nachladen Ich wiederhole los Links von euch ist in Gang Sieht sich, wir führen zu einem Museum Okay Geht klar Traf dich wirklich Hey, wenn dir was besseres einfällt, nur raus damit Lauf dich zu bewegen, Alter Jetzt sind sie am Boden, die Arsch Hopp ein Hey, komm Scheiße, war doch so da dran Ich habe eigentlich gehofft, dass er mich nicht erwischt Okay Das sieht ein bisschen doof aus, dieser Screenshot Der Der Nigger Jetzt habe ich es gesagt Ich habe das N-Wort gesagt Sieht ziemlich komisch aus Er ist so wie eine Plastikfigur Ja, so weit sind wir schon Scheiße, Feindkontakt So, wenn ihr hier laufen wollt, dann tun, was ich euch sage Ist das klar? Dr. Raffan, wer sind sie? Ich bin Elchengro, CIA Sie sind Käpt'n Walker, Dato Force Woher wissen sie, wer wir sind? Ich weiß wie das Käpt'n Aber jetzt ist keine Zeit zu bringen Oh, was sind beide dauernd, oder was? Das ist doch so Hey, schon wieder wegen diesen dummen Kameraden Hängen wir gleich am Anfang fest, oder was? Ich glaube, die wollen mich dumm ficken, oder so Aber das hat mir nicht gefallen Cool, wa? Ja, los Komm Dann hat ein bisschen schneller nach Das ist auch eine scheiß Position, die wir da haben Ja, das ist ein anderer Typ Der ist irgendwie down Klar, klar Wir hatten wir durch Wenn ihr hier aufrollt, dann tut, was ich euch sage Ist das klar? Ja Ja Wir sind sie Ich bin Elchengro und CIA Sie sind Käpt'n Walker Dato Force Ich weiß wie das Käpt'n Aber ich habe keine Zeit zum Reden Warum, warum als in anderen Wenn sie von da aus schreien würden Scheiße Rektor Okay wir gehen weiter vorwärts jetzt Nachlagen Oh Gott wisst das ihr scheiß Viecher Okay geht klar Das ist ein Schotttypi Okay Er ist schon down Typi Oh da waren wir bei einem Schotttypi Halt nein du musst so weg umgehen Ach du Okay down Nachladen Ja das mach ich auch So alles niedermäen was jetzt wieder in den Weg kommt Die Seiten von hinten vorhanden sind vorbei Oh kacke das ist echt gut in seinem Weg Nachladen Schrotz bitte in Anmarsch Aua Aua Schalt Arsch Halt damit Nein was machst du denn da Geht auf den Deck und du hältst dich ja Treffen wir mal Treffen wir mal Feuert auf das schwere MG Aua endlich Aua endlich Ah wir haben noch nen Sniper dabei Okay Wer ist hin? Okay Okay cool Er ist down Jetzt sind wir am Boden sind wir Wir sind am Boden okay cool Ich bin fast leer Muss nachladen Mach es Ein schnell Position Der T-Rex nach links Das ist die Zielgerade Käpt'n Der Ausgang ist vor euch Und dann? Ich warte draußen auf euch Gut Ende Alter Der hat mir einen neuen Freund gewonnen Schade dass Gould vor der großen Überraschung gehen musste Naja Gebe ich eben später Welche scheiß Überraschung alter Verdammter Wichser Die nehmen wir mal mit hier Die ist gar nicht mal so schlecht Wir müssen in Deckung gehen Rebirth Angriff What the fuck Überrascher Angriff Die Angriff Die Angriff Die Jetzt zummt der Arsch auch noch Alter Hör doch mal nicht ab zu ballern Ich hab zu Ballern Fick you Was für ein kranker Pixer Du Affe Keiner mag dich Ausgang vor uns! Los! Lauf du Affe! Oh shit! Alter ey! Da sind wir nur drei Männer und die hauen Hubschrauber auf uns drauf. Wie sieht's aus, Logo? Er kann gehen, aber es tut weh. Willst du Mafium? Nein. Ich will den Kopf klar haben. Okay, dann halt still. Bin gleich fertig. Was denkst du, Walker? Ich denke, dass wir in einem scheiß Kampfgebiet gelandet sind. Beeindruckend. Dafür, dass die Stadt angeblich unbewohnt ist. Ganz genau. Vielleicht Zeit zu verschwinden. Haben Transportteam gerufen. Es sind acht Meilen offene Wüste von hier bis zur Sturmband. Die Helis würden uns sofort erwischen. Bleibt nur, dass wir uns an Gould dranhängen. Sollen wir uns wirklich mit der CIA zusammentun? Wir haben keine Wahl. Ihr seht, was mit der 33. ist. Der Käpt'n hat recht. Die Damned sind außer Kontrolle. Man muss sie stoppen. Klar. Aber können wir die ihm trauen? Gould hat sein Leben für uns riskiert. Ich vertraue ihm. Und was ist mit Conrad? Es geht nicht mehr nur darum, Conrad zu finden. Wir müssen das Richtige tun. Aber was ist das Richtige? Also, Addis. Dein Auftritt. Ganz wie du meinst. Captain Walker, bitte kommen, wenn Sie mich hören. Over. Ich höre Sie. Over. Oh, hatte schon Angst. Wir haben euch verloren. Wir haben ziemlich was abgekriegt, aber wir leben. Gut. Denn wir brauchen hier jede Hilfe. Was geht hier ab, Agent? Der Wahnsinn, Captain. Wir sollten für die CIA Überlebende suchen. Und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es heißt, er sei noch am Leben. Aber wenn ja, versteckt er sich irgendwo. Verdammt! Da kommt ein Heli! Vorsicht! Lugo, stell die Verbindung wieder her. Geht nicht. Signal ist tot. Vorsicht! Oh, shit! Au! Sieht nicht gut aus für Gould. Hast du ein Problem mit ihm, Adams? Hör zu, die 33. muss gestoppt werden. Aber bringt Goulds Revolution nicht noch mehr Scheiße? Hey, er hat uns vorhin den Arsch gerettet. Und im Moment haben wir nur ihn. Das ist wohl wahr. Also. Hey, hier. Ich glaube, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Ihr zwei, haltet Abstand. Haha, nice. Macht zwar keinen Sinn. Haltet euch an mich, vorwärts. Vorwärts. Auf geht's. Eine Spur von Gould? Ja. 33, da hat ihn noch ein Single. Das war's, wenn wir den Rumschlauber. Scheiße. Siehst du, wo Gould hin ist? Ich sehe gar nichts durch den Rauch. Los, runter. Vielleicht ist er verletzt. Turismus legt um sagenhafte 3000% zu, dank einer Welle von Amerikanern, die Dubai zum Feriendomizil erkoren haben. Auf die Frage, was er von den neuen Gesichtern halte, hatte ein Dubayer dies zu sagen. Unter dem Sand, der, ja, Pavanente. Seht mal, Zeichen der Revolution. Ein Scheißdreck ist das. Dubai verreckt und alle hauen fröhlich nochmal drauf. There's no man, right? One's not a one.